Ischt liegt in Paznaun zwischen der Verwall und der Samnaun Gruppe, angrenzend an die Silvretter. Wir haben ein sehr gut ausgestattetes Skigebiet mit modernsten Anlagen und einen sehr schönen Ort mit gut ausgestatteter Hotellerie. Wir arbeiten seit vielen Jahrzehnten sehr gut mit Käsebohrer zusammen und bedienen uns auch bei der Ausrüstung unseres Snowparks, der Firma Käsebohrer, mit einem ganz offensichtlich sehr guten Ergebnis. Und diese Zusammenarbeit ist sehr gut über viele Jahrzehnte und wir sind dann für sich sehr zufrieden damit. Wir haben seit Heuer eine neue 600er Limited Edition. Sie hat eine sehr große Schubkraft, was speziell im Snowpark notwendig ist, weil man große Mengen an Schnee bewegen muss. Und sie gewährt dem Fahrer eine sehr gute Rundumsicht dank Kameras. Das Design hat die Firma Käsebohrer mit uns gemeinsam entwickelt und passt sehr gut zu unserem Brand und ist wirklich sehr gut gelungen. Wir denken auch in Zukunft an eine Zusammenarbeit mit der Firma Käsebohrer und der Firma Schneestern und glauben mit unseren Partnern auch den Fernpark weiterentwickeln zu können, um damit den Gästen auch in meinem neuen Gebiet weitere Attraktionen bieten zu können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020